Hallo Papa. Hallo, wie geht's? Ja, sehr gut eigentlich. Sie soll nicht so viel arbeiten. Komm noch mal rein. Ich telefonier noch. Doch, doch, telefoniert noch. Ich hab jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so. Dann war ich mir da kein Stress mehr. Sie arbeiten viel zu viel. Ich weiß, ich weiß, das ist wirklich busy. Oh, ja, wir waren einfach nur über, du, was hat den schlimmsten Wochenende. Ich habe wahrscheinlich den schlimmsten Wochenende der ganzen Welt. Mein Vater besitzt mich spontanäßlich, ohne keine Warnung. Ich werde die Damen ein Glas von Champagnen. Ich bin Tony. 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 Erdmann. Okay. Also, das wird jetzt bestimmt die Feministin in dir ärgern, aber... Keine Feministin. Dann würde ich es mit Typen wie dir gar nicht aushalten, Gerard. Sag mal, spitzt du mich. Papa, ich rede mit dir! Ja, ganz schön überfallen, ne? I'm Ambassador Erdmann. Und, ja, und das ist meine Sekretärin, Miss Schnuck. Ah! 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 Sie doch alle! Ich muss dich arreste. Ah! 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 Eben Ecken, Blo... Arach. Eben Eten,這樣子. Die, när den